Hallihallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge PixelJumpShooter. War jetzt etwas länger wieder her, allerdings, ja tut mir leid deswegen, ging aber nicht früher. Privat gab es leider zu viel Stress und ähnliches. Aber, das soll uns nicht davon abhalten, weiterzumachen und in das Level ganz vorsichtig reinzugehen. Haha, was haben wir denn hier wieder mal? Das wird sich doch... Ach, das sind alles diese Bombenteile, ne? Dann schießen wir die mal ab, ne? Weil es sich auch noch einen Planen. Ach, kennt man dazu, ja. Okay. Lässt sich auch machen? Oh. Da haben wir ja direkt mal was ganz anderes gefunden. Was sind wir hier? Oh, Secret Room. Alle Punkte sammeln. Hier so ein Forscher mit... Ach, das ist ja... Das ist ja so geplant. Böser Käfer. Leute, einfach meinen hier, ne? Kollegen da. Das ist Spacken. Boah, ne, 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 danke, ne, danke, danke, danke. Ich will nicht in die Luft. Wobei ist mein ganzes Punkt hier? Ja, genau. Okay, da hoch geht es nicht. Nichts, uah. Was haben wir denn hier unten? Ja, gerne mal reinschauen. Ach, da war das. Okay. Pff, das war fucking knapp. Oh, komme ich da überhaupt durch? Ohne... Eieiei. Eieiei. Oh, da haben wir es aber geschafft. Hätte ich schon ein wenig Angst. Was haben wir hier nochmal mit dem... Ah, das ist der Magma-Strahler? Der Magma-Strahler, ja. Mit dem können wir doch was Nettes machen. Ein bisschen Magma-Feuern. Brennwand, Brenn... Ja, so macht man das mittlerweile. Man schreit hier ein Behinderter durch die Gegend und brennt Schnee weg. Mit einem Magma-Strahler. Ist doch normal. Oder nicht? Mit einem normalen Typ, Mann. Oh, was hat er denn da? Was haben wir denn da? Was haben wir da? Das wollen wir haben. So auch. Dann auf, auf, da hoch. Ach, wir haben ja jetzt hier... Genau, ähm... Würde ich nur sagen, am besten wäre es, wenn ich irgendwie schaffe, das Wasser da reinzuleiten. Oder ist das richtig? Ich sehe, ist richtig. Kann man hier runter? Nein, hier kann man nicht runter. Das ist schade. Dann ist doch wohl klar, was wir machen müssen. Wir müssen das Wasser ein wenig aushalten. Mit Hilfe von Magma. Aber nicht so am besten. Sondern er... Sondern er... Äh, ist so... Ah, es klappt aber. Es klappt, was ich wollte. Ah, Wasser fließt drüber. So, dann haben wir hier... Ach... Genug Wasser, dass drüber fließen kann. Das ist eigentlich... Nein, es ist nicht zum Schmelzen. Das ist schade. Durchschneiden. Durchschneiden. So einfach geht das. Kommt noch mehr. Wir wollen mehr. Komm her. Komm her. So einen netten Strahl durchschießen hier. So. Das war's noch nicht. Müssen wir hier noch ein bisschen freimachen. Nein, 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 nein. Oh, je, je, das war knapp. Ich habe immer gesagt, dass es stirbt. So, schön, dass Schnee abbrennen. Da ist doch garantiert ein Diamant dabei. Ne? Komm, Diamant. Wir wissen, dass du da bist. Kein Diamant. Wow. Dann geht's weiter. Haha, Mr. Spinnerich. Da haben wir dir alle geklaut, ne? Du brennst jetzt erstmal. Du brennst. Ja. Das passiert mit den Leuten, die sich mit uns anlegen wollen. Ja, Laber. Bitte weg. Danke. Ah, es ist nervig mit dem Drehen. Komm schon. Ah, nein, stimmt. Okay, da ist nichts. Da war, glaube ich, aber auch nichts. Hier noch vielleicht. Ah, komm schon. Ah, okay. Nein, hier ist nichts. Weiter geht's. Dann schauen wir, was war denn diese Letters? Alters Lotus. Ach, die Bomben. Wow, Framedroppel mäßig. Wow, renn dich. Ach ja, wir haben jetzt den Lava-Schuss nicht mehr. Hm, und dann? Wir werden schon diese Teile auch nicht explodieren, sage ich nicht. Ja, ich kann ja nicht ran. Der aber, der aber. Jetzt gibt es eine Masse-Explosion. Ah, ist ja ganz nett. Kettenreaktion. Domino Day. Oh, Captain Green. Captain Green, den will ich haben. Oh, fuck. Captain Green. Nein. Ich hasse diese Typen hier. Warum haben die das getan? Du, die Sander ist da oben. Oh, ich bin fast tot. Ah, fuck. Komm, schatten, komm, schatten, komm, schatten. Ouch. So, cool. So, Nummer 1. Komm her. Da retten wir mal in die anderen. Oh, da hat jemand wo geschrieben, Gott. Raus. Ach, geschafft. Diese Kreaturen. Es scheint, als ob es mehr von ihnen gibt. Je tiefer wir gehen. Okay, da war sonst ein bisschen Scheiß vorgelesen. Sie sind aber erst seit dem Erdbeeren aufgetaucht. Ich frage mich, ob die Beruhung weitergehen können. Ich frage mich, ob die anderen überhaupt noch am Leben sind. Ähm, ein paar. Oh, fuck. Das war einfach nur fies. Ja, normal. Ganz fix hier durch. Oh, keine Ahnung. Auf Lava zu produzieren. Komm her. Wir wollen nicht retten. Den der Mann wollten wir auch haben. Wie immer halt. So, und das ist ja ganz fix hier oben erst mal. Ach, das kann man nicht. So viele Gegner. Ei, ei, ei. Ach, geschafft. Ich glaub's nicht. Ja. Wir wissen, was du sagen willst. Danke. Ja, gut. Als nächstes machen wir hier mal so eine Massen, äh, ne? Explosions-Ding. Kettenreaktion. So hieß das. Das wollte ich sagen. Ah, guck mal her. Käpt'n Wasser noch. Ja, fliegen. Da ist niemand mehr, ne? Den ihr verbrennen könnt. Scheiße gelaufen. Sterbt. Und jetzt sterbt. Bevor ich hier noch verbrenne, ganz schön weiter. Entschuldigung. Ah, wann haben wir denn hier schon wieder? Den Lavastrahler. Den müssen wir nehmen, ne? Ja. Ich fand den Wasserstrahler cooler. Dann kann man Schnee greifen. So, dann sammeln wir jetzt mal Leute an, bevor wir hier... Ah, ja, 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 genau, genau, genau. Äh, so läuft das schon mal gar nicht, Kollegen. Oder doch? Nein, 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 nein. Nicht mit uns. Nicht mit uns. Feuerresistenz. Oder eher... Hitzeresistenz. Endlich. Ich kam da durch, krank. Aber ich hab das jetzt halt nicht erwartet. Komm, Herr Kollege. Dich wollen wir erwähnen. Ach, da ist keiner. Oder da ist nichts, eher gesagt. Sterb. Wow. Uah. Das war schon etwas knapp. Ich hab mich ganz gut selber verbrannt. Ich bin nicht ihr Spezi. So, er geht durch. Das ist, ne? Hier, Punkte sammeln. Macht man ja so. Macht man ja so standardmäßig. Wir müssen hier, ne? Schnee abfackeln. Alles können. Ganz viel Schnee abfackeln. Gar kein Diamant. Wundert mich ein bisschen. Wundert mich grad extrem. Weil der letzte auffiel. Ah, fuck. Ich hab's geschafft. Ich hab's natürlich geschafft. War ja klar. Da auch nichts. Oh, krank. Oh, nein. Das ist grad gar nicht passend. Einen Moment, Leute. Ich muss da ganz schnell... Mal eben ganz kurz schreiben, dass ich gleich kommen werde. Das scheint wohl was Wichtigeres zu sein. Aber, ich hoffe, das hat jetzt nicht zu sehr gestört. Tut mir leid. Ich denk mal, ihr hattet dann kurz ein schwarzes Bild. Äh, doch, schwarzes Bild. Und... Ja. Dann fackeln wir hier weiter Schnee ab, ne? Das können wir ja ziemlich gut nehmen, in der derzeit. Oder... Ich will ja gerne abfackeln hier. Das... Nein! Ich hab's wieder geschafft. Nein, nein, nein! Ah! Okay. Genug übertrieben. Ich mag den Magma-Strahler nicht. Das ist einfach viel zu... Ich fühl zu sehr... Was soll das da passiert? Ich fühl zu sehr, ich töte mich selbst. Ich weiß es einfach. Ich werde mich selbst töten mit dem Teil. Aber hier nicht irgendwo so ein Hitzeschutz. Ach komm! Ach komm! Komm! Das war jetzt... Ja, stirbst du da. So, komm jetzt hier. Magma-Strahler. Abfackeln. Danke. Rein da. Die ganzen Leute einsammeln hier. Wer ist die gerade im Hintergrund? Alle brüllen? Ach klar. Brennen. Brennschnee. Brennen. Oder Eis. Ja. Eis. Brennen. Eis. Oh! Ich raste gleich aus. Was ist das denn? Ich habe überlebt. Warum lebe ich noch? Warum lebe ich noch? Warum zölle lebe ich noch? Ah, wenn man sich dreht, kann man... Okay. Deswegen habe ich vielleicht überlebt. Habe ich mich währenddessen gedreht? Kann das sein? Boah, ich weiß es gar nicht. Ich weiß, dass ich das hier abfackeln würde. Oh, ich weiß es gar nicht. Stirb. Kollege. Stirb. Danke. So, dann schauen wir mal, dass wir hier doch den einen Typen da retten können. Komm her. Danke. So, und endlich weg hier. Weiter. Bloß weiter. Scheiß auf den Diamanten. Da hab ich gar keinen Bock mehr drauf. Äh. Achso, ich hab den hier. Okay, perfekt. Er hat sich eine Sekunde verwirrt, aber so ist ein... Er hat sich eine Sekunde. Er hat sich eine Sekunde. Okay. Spars, wo? So, da haben wir das nächste Wie machen wir das am besten? Ich glaube, das mag mal so umleiten, dass die hier oben lang fließt Aber nicht sterben am besten dabei Reicht das jetzt, oder muss ich da noch mehr umleiten? Ja Knappes Kistchen Immer noch nicht genug Danke, ich habe gerade gewundert Kann ja nicht sein, dass das hier überhaupt nicht woran geht Wow, aber ins Lava-Becken muss ich da noch nicht reinschminken Puh, knapp Schnell weg hier, bloß ins nächste Level Level erledigt, zum Glück, das war so nervig, das war echt nervig Fragezeichen-Schätze, immer Fragezeichen-Schätze Naja Gut Oh, sechs Stück? Oh, krank, wo waren die denn alle? Naja Äh, damit wäre der Part ja auch schon zu Ende Denk mal, ich glaube, wir hätten bei einem Mission pro Part, ja doch, das passt dank schneller Zeit auch ganz gut Äh, ja, vielen Dank fürs Zusehen, ich hoffe es hat euch gefallen, wieder mal nach langer Zeit Ich versuche jetzt das, ähm, regelmäßiger zu bringen Weil, naja, zwei Folgen oder zwei Videos pro Tag werden halt schon eigentlich das Minimum, das ich angesehen hab Und, naja, wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne weiterhauen lassen Ansonsten sehen und wir uns beim nächsten Mal wieder Euer Basel, ciao, ciao